Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends. Ich habe mir den Sepp geschnappt. Hallo Sepp. Hallo, hallo, hallo. Und ja, wir rocken jetzt ein bisschen die Butze, habe ich gehört. Ja, ich verstecke euch schon. Ich bin schon so weit. Ich werde jetzt wahrscheinlich versplattet. Ja, werde ich sogar wirklich. Ob wir leben. Ja, musst du wohl zu mir ab. Bist du eigentlich fairkampf oder nahkampf? Weiß ich jetzt doch gerade noch gar nicht. Ach so, die ist nahkampf. Ja, die ist nahkampf. Die kann so ein Schild, glaube ich, um sich machen und irgendwie so dranjumpen oder so. Mhm. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der gegensteht hieß. Das erste Licht dämmert. Das erste Licht dämmert. Boah, Dennis ist so geil. Habe ich letztens gespielt, an seinem Team. Der hat mich aufs Übelste beleidigt die ganze Zeit. Boah, du scheiß Kanackenficker, ey, deine Mama hat gesoffen. Ich so, was geht denn hier? Hat er mich fünf Minuten lang beleidigt auf Deutsch. Dann habe ich mal geantwortet, hab geschrieben, was willst du eigentlich, du kleiner Pisser. Und dann eher so, oh, du bist täuscht, oh, du scheiß Kanackenficker, ey, oh, mein Gott. Alter. Ich halte dich, nein. Tja. Das war öde, da habe ich scheiße gespielt. Komm, auch hinwegst, tot. Geht doch. Aber das verlierst du. Das verlierst du. Nein! Ach, fuck, ey. Deine Mutter. Kann auch Deutsch schreiben. Oh, Mann, ey, sind wir schlecht, Dennis. Hm. Hm. Nee, du meinst, du meinst, obere ist Angriff und das da drunter ist Fähigkeitenstärke, also im Endeffekt deine Zauberpunkte. Ja, genau. Das heißt Fähigkeitenstärke. Ja, Magie-Schaden halt. Genau. Hm, irgendwie kann das Ding so reichweitentechnisch nicht so viel. Naja, das kann auch nicht so viel. Wo kommt er denn wieder her? Alter Vater, ey. Alter Vater. Nein, ich habe ein extra für dich gestern. Boah, genau, wenn wir hier voll freutelt, frisch gemacht, oder was? Looks like. Ja, das war es jetzt schon mit der Folge, wir geben schon auf. Ja, das war ich immer richtig gut. Ja, ist ja gut. Ich habe schon den Top-Start gehabt, Dennis. Oh, ja. Geh mal nach oben mit den Six machen. Was ausrichten. Noll, da fliege ich hinterher. Ach, deine Mutter. Fuck, ey, wieso konnte ich nicht der Gute heilen? Catelyn macht auch nichts. Boah, was ist das denn da für eine Scheiße? Der kann dich an dich ranziehen, ne? Alter, wieso macht der schon so viel damit? Krass, ne? Ja, dann geht doch noch. Was ist denn der Wixler? Ach echt? Du bist ja ein ganz lauer. Dumm, keiner von unseren Zuschauern. Die sind nämlich schlauer. Mh. Auf, ne? Juhu. Alter, das macht mir durch den Schaden. Was ist das für langsam zu einem? Ja, das macht mir nur irgendwie eine Erinnerung. Ach ja, der will nur, dass wir da hinkommen. Geht eh nicht, ey. Doch, geht er wohl. Oh Gott, oh Gott. Der ist ja auch schon 1000 live. Ich darf nicht teilen. Ich darf nicht teilen. Alter, Vater. die da auch nicht dran kommt das erste nicht stimmt es ist ja nicht weggegangen doch so mega schwach wie die karte gehabt ich kann die alle töten ich bin schon gestorben gerade der da oben schreibt auch nicht es ist der kürze von anderen doch nicht sagen die es nicht anders als ihr bestimmt und dann muss aufhören da was macht er schon richtig stark von dem vor allem geht nur auf rüstung aber der verzweiflung auf rüstung und löwen das wird dann der tank wahrscheinlich weil der tue nur mehr das aufgeweckt doch die hände kriegen wir nicht ich bin einfach zu schlecht gerade wieso kommt die caitlin denn ich runde hier sind zwei stück mit fast gar keinem leben mehr wir uns doch verarschen oder ich bin aber auch gerade ein königs player alter 03 das war bief machen Alter Votter! Die können uns aber ganz schön weit reindrücken, Dennis. Ja, sicher. Boah. Fick. Boah, haben wir den doch gesnackt. Kann aber nicht so sein, dass es so schwer ist, so einen kleinen Ficker zu snacken, ey. Naja, gut, er hat ziemlich viel Rüstung, ne? Ja, trotzdem ist das kacke. Aber das ist natürlich echt frech. Vor allem, die haben es fast tot gekriegt, nur weil der eine halt nicht richtig aufgepasst hat, ist er halt gestorben. Oh mein Gott. Hör mal, nice. Ich glaube, du bist der Einzige, der bis jetzt Kills gemacht hat, ja. Du bist nachher unser Retter. Spielt vorsichtiger, ja, wir sind gestorben. Ach ja. Nein, ich reinbring. Ja, nein. Ist doch da. Nee, ich wollte da gerade reinspringen, aber... Hat Schlange geklickt, aber... Hm, ich sitze da drin. Bring mal. Hoffentlich doch. Ich werde ihre Linien durchfressen aus. Weiß. Ziemlich fitter. Ah, Faktur, ey. Nein! Alter, Vater war das knapp. Ich hab 14 Leben. Da wirft er wie die Bombe auf mich drauf, ey. Pass auf, der kommt von oben mit X, ne? Kommt runter. Der will mich kriegen wahrscheinlich. Alter, Vater, vierte Leben, genau. Da ist 6. Er kommt doch nicht runter und hält, ja. Ja, wo er hin ist. Da oben war er da drin. Der checkt das nicht! Das kann doch nicht sein, was soll das denn? Mensch, Basti, ey. Oh. Haha, tscholala. Da unten ist der... Ich wollte sagen, das ist der, ne? Wenn der noch mauntert, wäre natürlich ultra nice. Back. Back. Geh nicht. Nicht zu aggressiv. Ja, ist recht. Was macht dann eigentlich, wenn er so komisch explodiert? Oh, wie viele Creeps da sind, ey. Oh, ja. Nein, ich war... Nein, ich war... Wieso konnte ich denn nicht zaubern? Ich konnte auch noch wegspringen. Fuck. Mach mal fit. Einfach fit. Richtig der, aber um losen gerade. Fick die Henne, ey. Ich kann mit der echt überhaupt nicht spielen. Naja, die macht doch irgendwie keinen Schaden bei dir, ne? Oder das die in die Sand oder so. Schießt dort drauf, jawoll, immerhin. Der verlierst du im Nahkampf. Aber du bist dabei. Alter, Vater kann er sich interpretieren. Alter, Vater macht er mich lang an. Schau mal auf, hoch. Ich geh mal auf den drauf, ne? Ich lauf da voll durch, ey. What the fuck? Alles klar. Da hat er mich geschnackt. Nochmal. 0,5, weiter, ich bin so schlecht. WTF, wie viel Schaden macht das denn bitte schon? Das macht schon 600 Schaden macht er an mir mit seiner Scheiß-Bombe. Hat er bei mir gemacht, springende Bonde, 487, entfernt. Lol, selbst sein Ulti hat weniger Damage gemacht, als seine Scheiß-Bombe. Alter, Vater, ich... Wie macht das denn so crazy? Schaden schon. Die Henne, ey. Ich darf nicht. Äh, echt mal, ey. Ich habe mich angefangen. Das kann doch nicht sein. Genau. Sehr gut. Gegnerische Doppeltötung. Ja, schönes Spiel. Sehr gut. Das haben wir gelöst. Ich glaube, ich bin beim nächsten Mal mit einer besseren Folge. Wir waren richtig scheiße.